Hey Leute und herzlich willkommen zum Dragon's Profit Gewinnspiel. Ich habe euch ja versprochen, oder beziehungsweise es läuft ja jetzt schon seit zwei Wochen, das Gewinnspiel mit diesmal zwei Gewinnern. Ja, bevor ich die Ziehung jetzt anfange, ich bin ein bisschen geredet, bin auch total müde, ich habe schon Schlaf in den Augen und so weiter und so fort, weil ich schon die ganze Nacht durchgeackert habe. Und heute Morgen noch knappe dreieinhalb Stunden bis vier Stunden damit verbracht habe, meinen Kanalbanner umzuändern. Und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Schreibt es einfach in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall total cool, wenn ihr mir dann mitteilt, wie ihr das jetzt findet. Ich bin ja nicht so der Profi, was so dieses Design und so weiter angeht, aber mich würde es halt mal interessieren, wie ihr das jetzt so findet. Ein bisschen habe ich gleich gelassen, ein bisschen habe ich geändert, aber wie gesagt, euer Statement wäre mir ja schon sehr wichtig. Ah, jetzt bin ich hier voll ans Mikro gestoßen, weil ich zu meiner Dose greifen wollte. Ihr kennt diese Dose? Ja, ihr kennt diese Dose. Das ist meine Lotteriedose. Hier, ich zeige euch die Namen, also beziehungsweise die Zettel von den Leuten, die heute beim Gewinnspiel mit dabei sind. Habe ich alle hier schön in die Dose gepackt und werde jetzt meine erste Ziehung machen für euch. Und ich bin echt mal gespannt, wer diesmal die letzten zwei Codes übrigens, die letzten zwei Codes, die ich von Infernum habe, abgreifen wird. Und so, ich öffne die Dose. So, ne? Seht ihr? Kein Zettel in der Hand und so, ne? Hier, ja. Ich greife jetzt einfach hier rein, so. Nehme mir hier so einen Zettel raus. Einen Zettel habe ich schon mal. So, und der Gewinner von der ersten Lotterie ist... Das ist sehr lustig, weil der General L.P. hat nämlich gesagt... Beziehungsweise, ich drehe das mal andersrum. Jetzt seht ihr das an den Spiegel verkehrt. Ihr kennt das ja schon so ein bisschen. Ne? Hier könnt ihr das lesen. Der General L.P. ist auf jeden Fall der erste Gewinner. Das ist sehr lustig, weil der hat sich nämlich bereit erklärt, bei dem nächsten Gewinnspiel einen Drachen springen zu lassen. Ja. So kann es gehen, ne? Jetzt willst du einen Drachen springen lassen und hast mal gewonnen. Das ist doch mal was Schönes. So, ich mache die Dose wieder zu, ne? Ich mache die Dose wieder zu. Und fange wieder an, hier rumzuschütteln und zu machen und zu tun. Und öffne sie. Und der zweite Gewinner heute... Ihr seht, ne? Keine Finger hier. Noch alle Zettel drin und so. Ziehe ich jetzt mal wieder einen raus. So. Und der zweite Gewinner ist... Den Namen kann ich kaum aussprechen. Elvir Hunter Novik. Ne? Hier. Guckst du. Hast gewonnen. Kannst dich freuen. Gib einen Code. Von mir und Inferno. So. Hier. Ich mache nochmal spiegelverkehrt, damit ihr den Namen richtig lesen könnt. Ja. Ja. Könnt ihr sehen. Ja. 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 Alles klar. So. Damit hätten wir die zwei Gewinner für den heutigen Tag auf jeden Fall festgelegt. Ich lege die hier mal zur Seite, die beiden, die gewonnen haben. Und jedem anderen hoffe ich, dass ich bald wieder neue Codes kriege von Inferno. Damit ihr auch mal Glück habt. Ne? Bei der Losung und so. Bei der Losung und so weiter. Aber der Generale P hat sich ja hier entschieden. Er wollte ja gerne mal so einen Drachen spenden. Und da wollen wir natürlich nicht im Wege stehen. Also das nächste Gewinnspiel wird bestimmt bald kommen. Wahrscheinlich nächsten Monat oder so. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Und denkt an. Kommentar wegen dem neuen Banner und so. Wie voll cool und so. Ja. Ich danke euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.